Walter bei dem Banküberfall auf die Sparkasse in Bregens. Du bist hier ein Nachbar oder warst hier in der Umgebung unterwegs. Was hast du da erlebt oder was hast du da gesehen? Ich habe da einen Garten drunter, der ist da runtergefahren mit dem Fahrrad. Und dann haben wir gedacht, das geht das doch gar nicht. Hey, hat der die Straße verwechselt. Hast du ihn auf Gaschen geholt mit dem Fahrrad. Oben über den Zaun wie ein Kass und ich bin da gestanden wie ein Trottel. Hab ihn, weil er da wischen, ich hab ihn nicht mehr. Ja, da wischen, da ab, über den Zaun rum, wie eine Katze. Immer denkt, ja, vielleicht ist das ein Kollege von mir. Kannst du mir noch beschreiben, wie der Typ ausgeschaut hat, wie der ausgeschaut hat? Circa 42 Jahre, korpulent. Ich hab ihn da wischen, an der rechten Hand, aber der ist mir abgeholt und rum wie eine Katze über den Zaun. Und das Fahrrad liegt heute noch unten.